Was können wir so nicht machen? Digga, gerade angekommen. Du bist gerade angekommen, hast direkt, ich stand hier schon mit der Kamera. Ja man, die Kamera ist vom Himmel gekreut. Die war schon da. Aber ja, wie man sieht, es ist wieder nachts. Wir sind mal wieder vor dem Gym. Es wird heute, ich werde trainiert. Die Motivation gekickt. Ich hör, Arme werden so durchgenommen. Ich hab echt Bock. Wir nehmen nicht nur Arme durch, wir nehmen alles durch. Aber ja, wir trainieren auf jeden Fall Arme. Auf gehts. Wir trainieren Arme, Digga. Wie kann trainiert hier mit den 10 Kilo Gewichten? Digga, und den Arf? Den Arf bleiben. Was ist die Arme, Digga? Was ist das? Warte, warte. Da ist die Arme. Sag mal, dass ich nicht mehr machen soll. Was ist das denn? Ich kann nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht. Was ist das? Habe, ich will mal das hier. Ich kann nicht mehr filmen. Ich kann nicht mehr. Ich bin zehnmal da. Warte. Ich bin zehnmal da. Ich bin zehnmal da für den Fusen. Wie ist das? Es gibt zwei connectzas. Ich bin zehnmal da. Ich bin zehnmal da. Ich bin drei akte Musik. Ich bin ja über 20 mal da. Aber ich bin da vor China. Und dann wird's hier Front heben, wir kontrollieren damit die vordere Schulter. Hier auch, lieber weniger Gewicht und lieber saubere Ausführungen. Immer ziehen wir den Arm gestreckt nach oben und dann so die Gains. Der Bré hat gerade eine angelabert und hat einen miesen Korb kassiert. Krieg ich einen Kommentar dazu? Nein, gibt's nicht. Der arme Mann, aber so ist es halt in der heutigen Gesellschaft. Die Jungs kriegen immer nur Körbe. Die ganze Körbe. Aber Transport. Der Liga macht einfach die Zwölf hin. Der Liga macht einfach die Zwölf hin. Der Liga macht einfach die Zwölf hin. Drei komplett saubere Wiederholungen rausgehauen. Schauen ohne mich. Der Liga. 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 Meine Eier tun immer noch weh. Schreibt alle in die Kommentare, wie groß eure Eier sind und wie viel die wiegen. Meine wiegen 20 Gramm und ich habe 5,6 Zentimeter. Okay. So viel Info brauchst du auch nicht. Jetzt musst du auch leaken. Was muss ich? Leaken. Leaken. Ich leake nicht, ich zeig direkt. Was wir leaken gibt es bei mir nicht. Okay, dann mach es so, dass wir gewandt werden. Okay. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Er hat einfach gerade irgendwie 10 Minuten an dieser Eier. Die Eier von 25. Wunder Dropsätze. 25, 20. 15, 10 und 5. Geil. Komplette Zerstörung. Wirklich. Wirklich. Keine Ahnung, was das für eine Cardi irgendwo macht. Die Eier von Bitcoin. Ja. Meins sieht auch nicht besser aus. Meins ist auch komplett rot. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch so ungefähr 4K im Minus in Krypto seid. Aber immer noch dran glaubt, Digga. Aber immer noch dran glaubt, Digga. Das ist ja noch so. Ja. Ja. Ich bin ja mal dran. Ja. 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 Komm komm, komm komm komm, hier die Scheiße man! Statement! Digga, was ist das? Digga, geht's zum Strand in die Richtung? Oder in die Richtung? Schmierst du, oder? Okay. Reicht, Digga. Reicht? Reicht was? Reicht! So, Jim wieder zerstört, alle richtig geiles Training gewesen. Also, und nicht vergessen, ich muss mehr Werbung machen. Abonniert den Scheiß-Kanal, wahrscheinlich guckt eh nicht mal bis zum Ende, aber abonniert den Kanal, lasst ein Like da, schreibt irgendeinen Scheiß-Kommentar, wirklich, schreibt eure Schwanzgröße rein, oder so, mir echt egal. Und folgt auf Insta, TikTok, allem, folgt bei allem, folgt bei Pornhub, folgt bei... Warte, was? Und folgt bei allem, merkt euch den Scheiß. Und postet überall, macht Werbung, bitte verkauft diese Scheiße und kauft euch mein 370-Grad-Paket. Jetzt im Angebot, anstatt 299 Euro nur 399 Euro. Also, vergisst es nicht, zieht durch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.